Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dead by Daylight. Und ja, wie ihr seht, ich spiele jetzt auch mal Legion. Ähm, aufgrund von, dass wir ebenfalls das Survivor letztes Mal Legion als Gegner hatten. Ich nenne sie jetzt einfach Legion, weil... So, jetzt schauen wir mal das Spielen von Legion an. Ich glaube, ich habe es im Stream einmal gezeigt, wo ein Jen gelb wird. Weil, wenn ja... Ich glaube, die sind da hinten irgendwo. So, und dann sehe ich mit Herzschlag die anderen. Ups, das war dumm. Ja, und wenn ich jetzt nicht verkackt hätte, hätte ich die anderen halt besser gesehen. Ja, so, da muss man wieder warten, bis sich die Raserei auflädt. Äh, äh, leid. Da hinten rennt einer. Ne Meg. Da kommt noch jemand. Na, da vorne... 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 Nein, schade. Da bringt da keine mehr rum hier. Wie sind wir da hinten am Gin? Ist halt nicht besonders schlau. Jetzt werde ich nicht. Jetzt, ne, ne, ne. Er wird nicht weggekrochen, Junjin. Juni, Wuni, Puni, Wuni. Bleib hier. Gut, wenn er jetzt alle erwischt hätte, wäre es natürlich eher Kettiver gewesen. Aber dadurch, dass sie wieder denselben Krise gemacht haben und an denselben Gin zurückgelaufen sind. Was halt meistens der Fall ist. Klitzi. Da sind die Nächsten. Schlitzi, McSchlitzingen. Der Cheryl. Fuck. Da war ich zu greedy! Sehr effektiv. Ich komme! Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nix. Das ist eine schlechte Nachricht für dich. Wenn du mich, ne, mich, anbämmst. Und so, hockt ihr jetzt schon wieder an dem Gin? Seid ihr eigentlich dumm? Leute, bitte. Kommt schon. Und ihr heilt euch nicht einmal. Scheiße. Ah, du hast Deadhold. Äh, den ist bei uns. Komm, küss mich. Ich bin ein Prinz. Eigentlich bin ich eine Prinzessin, aber... Don't worry about it. Ist nicht so schlimm. Jetzt bin ich auf Prinzen. Meg. Wehr dich nicht. Ich bin in der Mitte spät. Mergilein, ich mag dich doch so sehr. Und ich trete gegen euren Chen. Und hier lieb auch schon wieder jemand. Dumm, dumm am dummsten. Wenn der Killer noch da ist. Dann mach doch nicht die Person vom Haken. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Nein, Gott. Was war denn das? Ah ja. Wie bist du jetzt plötzlich in Standby nicht geworden? Oh, bist du eine andere denn da? Hupsala. Einmal gegen mich an. Hupsala. Einmal gegen mich an. Hupsala. Also ich weiß auch nicht, in welcher Prophäre es ist, dass man lernt, dass man so spielt. Aber... Nein, nein. Ich hab ne Allergie gegen Taschina. Was ist die mit der Taschina? Ich hab ne Allergie gegen Taschina. Da krieg ich aber Sonnenbrand von. Leute, lasst mich doch wenigstens einen Meter weggehen von dem Scheiß-Typen hier. Bevor ihr versucht sowas zu tun. Was ist das denn? Ach, kommt schon. Das muss man doch lernen, dass das blöd ist. Ich wollt doch eh schon weg. Ich komm aber nicht einmal weg und dann wird dann wieder rumgeheult. Das tut nicht. Ja ne, aber ich kann ja nicht einmal was machen, wenn ihr alle um mich rumrennt wie Scheißhausfliegen um einen Scheißerhaufen. Ich hätte euch ja gerne in Ruhe gelassen. Aber das ist halt komplett bescheuert, wenn die ganze Zeit diese Leuchtturmwärter, da hinten rennt die andere schon wieder, um ein Rumrennen wie Scheißhausfliegen. Da hockt sie. Was ist denn deine Mission? Das ist genauso Blödsinn. Hättest du dich mal hinterm Ding versteckt? Hinter deinem blöden Stein? Hätte ich dich nicht sehen. Leute! Wir sind dort mit der Kdieze. What the heck? Und die nächste? Ich hab noch drei Gents. Und da zerrenzt du den Keller drunter von mir. Das ist eigentlich dein Ernst. Sorry, ich bin nicht auf die Pust. Ja doch, es ist ein bisschen... Ich bin nicht mad, weil für mich ist es ja Wayne, aber... Wisst ihr, das Ding ist, ich spiel ja auch Survivor. Und wie oft ich mir denke, warum macht ihr denn immer wieder denselben Scheiß? Und das ist halt immer wieder derselbe Scheiß machen. Gerade. Zehnmal hintereinander. Um denselben Jen. Hier hinten der Jen. Der war ein Arschloch-Magnet gerade. Wie oft sind die jetzt alle um den Jen da rumgegammelt? Wettet mit euch, die rennt hier auch schon wieder rum. Oder sie hat sich schon mal verpisst und denkt sich, nope. Jetzt bin ich gespannt, ob sie sich ausloggen. Weil Geheat hat sich auch irgendwie gefüllt keiner. Vielleicht kommt sie noch frei. Ich hatte keine Haken mehr. Soll ich nett sein? Eigentlich haben sie es nicht verdient, dass ich nett bin. Nee, ich bin jetzt nicht nett. Ich habe keine Lust, nett zu sein. Weil wenn man so schlau in der Gegend rumrennt, muss man manchmal auch eine Strafe dafür bekommen. Es tut mir leid. Und ich bin eine Baby-Legion. Interessanter Sound. Sorry. Aber das ist halt so das Ding. Keine Ahnung. Ich kenne das halt selber, wenn ich Survivor spiele, dass Leute so eine Scheiße dann machen. Und das hat nichts mit dem Killer zu tun. Sondern es ist einfach nur immer wieder dasselbe. Au, ich habe Aua bekommen. Ich laufe wieder an den Jen. Au, ich habe Aua bekommen. Ich laufe wieder an den Jen. Mach das nicht. Also, ich habe auch schon oft den Fehler gemacht. Ich habe auch schon oft den Fehler gemacht, dass ich wieder dahin zurück bin, weil er fast fertig war. Und der Killer hat mich halt wieder bekommen, weil der Killer weiß oder denkt, ne? Nimmt an, du läufst da wieder hin logischerweise, weil du das ja fertig machen willst. Also, das ist halt, ähm, manche Leute fangen auch erst mit dem Game an und whatever. Und niemand ist voll Profi oder Pro-Gamer oder whatever. Das bin ich auch nicht. Aber, ja. Ansonsten war eine witzige Runde mit Legion. Mit Legion. Ähm, ja. Erst von Legion verfolgt worden, dann Legion selber gespielt. Von daher, nice, nice. Und, ja. Ich danke euch fürs Zusehen über einen Daumen nach oben und einen netten Kommi würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Aktiviert das Glöckchen, dass ihr wisst, wenn neuer Content kommt. Und, ja. Immer noch viel Spaß bei allem, was ihr so macht. Und, ne? Salzig werden ist okay, solange man nicht hatet. Bis zum nächsten Mal wie immer. Ciao. Ciao. Ciao.